Hast du gewusst? Du bist dumm da. Du bist dumm da. Du bist dumm da. Du gibst einen toten Ortgenossen. Du bist totalem Mund. Du bist kämpflich. Du bist kennst du kennst keine Toten Gnade. Du bist �. Du bist parfait. Du bist sofort,inho-Dude. Du bist freundlich. Du bist unbeschämt für die Toten. Du bist ein Schussmixi für die Toten. Du bist ja auf meinen Zimmerboden. Nein. Nein. Ich will von dem Ultralgift jetzt aufschneiden. Nein fuck, jetzt machst du doch diese Giftwolke! Nein! Nicht sterben! Gegen Gift! Du bist zu weit, du bist zu weit! Pass auf! Scheiße! Mega-Track! Mega-Track! Da hinten, Menschenkinder! Den bist du doch verwirrt! Die Scheiße ist fast, dann wurde es voll fast verwirrt gehauen! Ja! Fehlt nur noch zwei! Was war die Scheiße? Ich fahr irgendwie gar nicht vergiften! Sollen wir da in einem Video sehen? Ja, können wir ja... Wenn das Video nicht abkommt? Ich hab nicht nur alten Trank dabei! Nein, hier ist ja gar kein Symbol über den Viech, wenn wir es... Hart-Gipzeros-Kopf! Hart-Gipzeros-Kopf! Das ist der Schwule! Das ist der Ultraschwule! Ja, den kenn ich! Das macht schon nicht den! Das macht schon nicht den! Das macht doch mal genau den Schlag jetzt noch einmal und dann ist fertig! Ja! 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 Ja, ich hab's nur gemacht! Nein, nix nicht. Ich habe die ganze Verwirtschaftung schon wieder weggelegt. Ich habe gerade noch mal ein Superbord für Gott kassiert. Kassiert nicht, kassiert nicht. Das ist auch gerade. Ja, genau das wäre das nur um diesen Superbord auszuweigen. Ja, der kommt gleich weg. Ich habe den Kopf in den Schwarz. Ich habe den Kopf in den Schwarz. Vielleicht gehe ich da noch einschlagen. Komm, schwanz zu mir! Ja... Kann ich mal so von. Ich mach dir das ab, nie. Man kann nicht so, wenn es wird tot, wenn es wird tot, dann kommt es auf den Schwanz. Dann kommt es auf den Schwanz. Ich werde auch nicht so nötig. bestimmte die Füße abgezogen sie hat mich wie so indirekt getroffen das hat mir keinen Schaum nicht an die Wecke hauen das hat mir so ein bisschen getroffen und hat mir fast einfach nicht abgezogen was gehalten hat genau das hat sich gemacht das da mich schon irgendwie unten drin und hat mich dann nicht mehr drauf völlig wieder hin und getroffen nein ey was ist das mein muss das Aufnahme kann ich ihm ein bisschen zurechtfupfen geht das? abgeschissen ist es? nein das hat mich abgeschissen ist es nicht das macht jetzt auch nicht gekackt komm komm noch mal auszusehen wenn die Wahlen tegwür ich es nicht machen will Milo Crank da und 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 da wird es ein volles Schiss ja übens was sinnlos mit das kommt wieder runter da ist das Däger los Däger ja 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 weil nicht über die Beleidung von Todes zu einem wichtigen Zweck dienen harte lila gibt es nur meine harte gibt es auch das Kopfverhalten weil überhaupt nicht lila und einfach das Kopfverhalten wo ist ein Schwanz im Bildschirm nein nicht in mir das habe ich so wusste ich gesagt Käse Kuhren äh das ist Bildschirm wie abartig schonmal war wieder irgendwie hat dieses Kind überhaupt kein Arsch das schon versinktfrei ich will keinen Scheiß mit dem Gummi rein alles ist scheiß mit dem Gummi umgewandelt Autogummi umwandelt BOOM 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 die kommt los und du musst das Zeugkamm dann nochmal mitkreisern glaube ich auch weil er ein bisschen Allerge auflädt nein ich meine mit oh dass du so auflädst ganz schön weiter kannst du den Kopfverhalten ist aber echt extrem effektiver für Kopfverhalten boah nice boy im Hintergrund weiß nicht noch wie weit lang wir gebraucht haben aber ich glaube es ist eigentlich recht schnell ich würde jetzt leere Mixis verstehen zwischen diesen Dingen zwischen diesen komischen Eisaschenbecher reiner Kristall tödliches hause Güpte und ein Drachen das brauche ich so dieses Highrank Drachen scheiß scheiß äh ooooh Goldkrupp irgendwie war es überhaupt nicht klein dann machte nix ok leute das war ein Ding von der Bärvollkartokule mit den sticken mit den sticken Gypties war das auch nicht klein scheiß wie gesagt jo leute also wiederholt jo wir sehen euch das nächste mal bis dann haut rein und 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 wie hast du die Quest der Stufe Chi geschafft wir haben eine dringende Auftrag von der Gülde erhalten der deinen Rang erhöhen kann bei dieser Quest bekommst du es mit dem Nagakugat einer schwarzfälligen Liebern aus dem großen Waldshun sie soll gut zu Fuß sein gut zu Fuß sein nein ich dachte gut zu Eichel keine Ahnung wenn du diese Quest äh mag ich das wirst du die Quest der Stufe Chi Stern Stern also zwei Stern übernehmen können viel Glück Hunter hat gefehlt du Affe und wir sehen wir tring die Quest allgegenwärtiger Schatten siehst die bei Fuß sind die irgendwie so Narugaka und König Shakalaka beide töten nein nein jo das war äh das waren die Narug bei Fuß sie ist glaube ich wie ein Assassine im Sumpf von Assassine falsch geschrieben voll epic Fade nein das gibt ich jetzt auch noch und wenn ich diese Fade aufprüfe dann use the Kommentar section below jo Leute also haut rein Ray William Johnson schaut bestimmt auch dazu also haut rein Servus